Herzlich willkommen beim Brettspiel Hochkönig, der Gipfel der Gefühle. Hier bekommt ihr die Chance, die wunderschöne Region Hochkönig in Österreich kennenzulernen. Ein Brettspiel mit zwei verschiedenen Spielseiten, Sommer und Winter. Das Skigebiet Hochkönig ist das zweitgrößte zusammenhängende Skigebiet im Salzburger Land. Ein wahres Skiparadies. Urlaub bedeutet Freiheit vom Alltag und Stress. 340 Kilometer bestens ausgeschilderte Wege sorgen im Sommer für königlichen Wandergenuss mit Blick auf das majestätische Hochkönigmassiv. Die Region Hochkönig wurde mit dem österreichischen Wandergüttesiegel zertifiziert. Bei einer geführten Kräuterwanderung werden auch die mystischen Sagen der Region erzählt. Urlaubsgefühle im Schneereich des Hochkönigs Wenn der Schnee die Herrschaft über die Region Hochkönig übernimmt, dann eröffnet sich dem Besucher ein großes Winterreich mit vielen Möglichkeiten. Spaß, Sport und ein geselliges Miteinander stehen im Vordergrund. Mit Ausdauer und Geschick schaffte er es, den Gipfel der Gefühle zu erklimmen. Egal ob Sie auf der Suche nach Abenteuer oder Ruhe sind, diese traditionsreiche Region begrüßt alle mit echter Gastfreundschaft. Mit diesem Spiel lernen Sie nicht nur Hochkönig kennen, sondern Sie haben immer zu Hause, egal wo Sie sind, ein Stück von Österreich. Pulsierendes Adrenalin in den Adern. Saubere Bergluft, idyllische Almen und frische Wiesen laden zum Verweilen und Kraftbanken ein. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ganz nach dem Motto, wild, frei, ungebremst, gilt es die vielen Attraktionen der Region zu besuchen. Als richtige Aktivurlauber wisst ihr, nur mit sportlichem Einsatz und Abenteuerlust erreicht man wahre Glücksgefühle. Entdecken Sie Hochkönig, ganz gemütlich von zu Hause, mit unserem Brettspiel. Idee und Design von Mandulis Art. Nähere Informationen zum Spiel sowie zu unserem Online-Shop findet ihr unter www.mandulis.at Illustrationen von Bella Wollen Österreich 2020